Ihr wollt euer eigenes Projekt-Riese-Abenteuer erleben? In diesem Video zeige ich euch wie. Ab fürs Intro! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Mysterien-Kanal und heute zeige ich euch kurz und knapp alle wichtigen Infos für eure Reise zum Projekt Riese. Los geht's! Und zwar starten wir einfach mal direkt rein in die Anreise. Und zwar wollen wir sehen, von wo aus wir am besten nach Waldenburg kommen. Dazu gucken wir jetzt einfach mal hier auf die Karte. Und zwar habe ich das hier schon mal aufgerufen mit Google Maps. Wenn wir von der deutschen Seite aus kommen, von Görlitz aus ist ein guter Startpunkt für Projekt Riese, wenn wir nach Waldenburg gehen. Und zwar Waldenburg liegt hier unten. Von hier aus kann man alle Projekt Riese-Anlagen in relativ kurzer Zeit erreichen. Man kann auch von hier drüben über Cottbus ausfahren, über die A15 runter bis nach Waldenburg. Die Fahrzeit liegt hier bei aktuell jetzt gerade einer Stunde 53 Minuten. Von Görlitz aus 158 Kilometer. Die Autobahn A4, die von Polen auszufahren ist, ist mautfrei und ist teilweise nicht ganz so gut ausgebaut. Es gibt teilweise keine Standstreifen, also mit Staus rechnen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar dem Übernachten. Ich habe hier mal geguckt. Wir haben mit meiner kleinen Familie zusammen über Booking uns ein Apartment rausgesucht in Waldenburg. Ihr könnt auch in einen der Nachbarorte gehen, nach Walim oder nach Osofka, je nachdem, was ihr für gut haltet. Es gibt andere als Booking, ist völlig klar. Die Preise sind sehr moderat, günstiger als wenn ihr zum Beispiel nach Breslau geht. Von Breslau aus ist bis nach Waldenburg zu dem Projekt Riese-Anlagen circa eine Stunde zu fahren. Also das auf jeden Fall mit einberechnen. Guckt, dass ihr eine ordentliche Bewertung kriegt. Leider ist in Polen das mit der Sauberkeit immer so ein Thema, aber das ist subjektiv. Zum Bezahlen. Schauen wir uns mal aktuell den Kurs an. In Polen wird bezahlt mit Swate. Und zwar bekommen wir heute laut dem Google Umrechner für einen Euro, vier Sorte und 64 Groschen. Das ist ein ganz guter Umrechnungskurs. Die Banken und Umrechnungshäuser geben meistens weniger. Passt auf, wenn ihr bezahlt in Polen, bezahlt möglichst mit der EC-Karte oder der Kreditkarte. Die geben euch den tagesaktuellen Kurs für die Umrechnung. Geht nicht in Wechselstuben. Ihr braucht in Polen größtenteils kaum Bargeld. Maximal mal für einen Automaten zum Parkgeld bezahlen oder sowas. Aber wir haben selbst an den Riese-Anlagen fast überall mit Karte bezahlen können. Also das ist überhaupt kein Thema dort. So, und natürlich haben wir in Polen auch Polnisch. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, einige rudimentäre Wörter wie Guten Tag, auf Wiedersehen, bitte Danke, Dzień dobry, Dovi Senja, Dzenkuje und Prosze zum Beispiel zu wissen. Ansonsten gibt es ja heutzutage Technik. Kann man hier einfach den Google-Übersetzer benutzen. Mit dem Google-Übersetzer kann man nämlich zum Beispiel auch Schilder abfotografieren. Oder man kann jemanden direkt einsprechen lassen. Und der Google-Übersetzer übersetzt das Ganze. Das habe ich nämlich in Ludwikowice gemacht mit dem Guide dort. Ich habe ihn einfach hier ins Handy einsprechen lassen. Und das Handy hat mir dazu die Übersetzung gegeben. Und ich habe wieder in Deutsch eingesprochen. Und das Handy hat es in Polnisch übersetzt. Das ist ein bisschen rudimentär, aber es hat gut funktioniert. Und also sowas auf jeden Fall dabei haben. Das ist sinnvoll. Jetzt gucken wir mal direkt in den fünften Punkt. Und zwar die Reiseroute. Und zwar wir gehen direkt nach Ludwikowice. Da haben wir es schon. Das Museum dort kostet Eintritt pro Person etwa 6 Euro. Wenn ihr dort seid, dass den Kühlturm und das Untergrundmuseum an sich sind nicht besonders groß. Aber die Anlage, die hinten anliegt, die ist sehr groß. Also für den Besuch dort auf jeden Fall mehrere Stunden einplanen. Wir waren knapp drei Stunden dort. Und man hätte locker noch drei Stunden anhängen können. Passt auf, dort die Anlagen, die außerhalb des Museums sind, sind sehr überwuchert. Das heißt also auf jeden Fall festes Schuhwerk, lange Hosen anhaben. Und dann könnt ihr dort euch natürlich auch die ganzen Hintergrundanlagen, die ich euch im Video gezeigt habe, anschauen. Gucken wir mal weiter nach Valim. Und zwar in Valim, da haben wir es, kostet der Eintritt 26 Swatty. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. In Ludwikowice kann man das Gelände ohne Führung selber erkunden. In allen anderen Anlagen ist das nicht möglich. Wir haben jetzt Valim zum Beispiel. Kostet ein Ticket ohne Audio Guide 26 Swatty. Die Führungen starten dort immer zur vollen Stunde und dauern 60 Minuten und sind in Polnisch. Es wird ein Audio Guide angeboten. Der kostet, glaube ich, nochmal 20 Swatty oder sowas in der Richtung. Ich habe keinen genommen, weil ich gefilmt habe. Und das solltet ihr euch überlegen, ob ihr das möchtet. Es war frühmorgens um neun, als wir dort waren, schon sehr voll. Der Parkplatz war schon gut ausgelastet. Und die Führungen sind immer zwischen 25 bis 30 Personen gewesen. Also vielleicht eher nachmittags hinfahren, vielleicht nicht gerade direkt frühs oder mittags. Den Zeitaufwand dort in Valim würde ich mit einer bis zwei Stunden so in etwa sehen. Mit Wartezeit, je nachdem. Die Anlagen ringsherum sind nicht so spannend, weil dort wenig zu sehen ist. Also das kann man vielleicht kombinieren, wenn man nach Osofka fährt. Von Valim nach Osofka kann man... Ich zeige es euch nochmal kurz auf der Karte. Die Karte. So, wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Und zwar wollen wir nach Valim. Hier ist Waldenburg. Und dann können wir nach hier drüben gehen. Und dann haben wir hier unten schon das Eulengebirge. Und hier ist Valim. Und hier unten ist Osofka. Das kann man also gut verbinden. Das Stollensystem liegt hier so etwa. Und dann kann man von hier drüben über sehr abenteuerliche Bergstraßen nach Osofka weiterfahren. Und kann auch dann hier drüben, wenn wir hier liegen, noch zwei weitere Projektrieseanlagen. Die kann man, wenn man die Zeit noch findet, an dem Tag dann auch noch besuchen. Okay. Wir gehen nach Osofka auf unserer Liste. Da haben wir es schon. In Osofka kostet ein Ticket 32 Swatty. Die Führungen starten dort auch immer zur vollen Stunde. Dauern in etwa 60 Minuten. Bei uns war es ein bisschen länger. Waren knapp 80 Minuten. Die Untergrundanlage ist sehr groß. Und es wird tatsächlich sehr viel erzählt. Es ist teilweise auch ein bisschen mit multimedialen Anlagen ausgebaut. Also es gibt so ein bisschen Rückprojektionswände, wo ein paar Videos gezeigt werden und sowas. Das sollte man auf jeden Fall einplanen. Es gibt einen deutschen Audio-Guide. Den kann man mieten und kann den gegen eine Kaution dann wieder am Ticket Office wieder zurückgeben. Und wenn man fertig ist, kann man dort essen. Dort gibt es ein kleines Restaurant. Das ist alles neu gebaut. Und man kann natürlich dann auf den Berg hochsteigen, was wir jetzt gerade hier im Video sehen. Und kann und sollte sich auf jeden Fall das Fundament anschauen von dem Kraftwerk. Und da daneben geht so ein kleiner Wanderweg hoch auf die damalige Hauptstraße. Und kann sich dann dort das Casino anschauen. Und diese komischen Wannen, wo der Baustoff drin war. Und auch die Reste von der Schmarschbahn und der Schacht, der von unten aus in der Anlage zu sehen ist, der nach oben geht. Der ist dort auch zu sehen. Dort bitte vorsichtig sein. Der ist nur mit so einem Band abgesperrt. So, und nun kommen wir schon zum Schloss Fürstenstein. Da haben wir es. Wunderschön, Schloss Fürstenstein. Ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr die unterirdischen Anlagen anschauen wollt, kauft vorher Tickets online. An dem, wir waren spontan nochmal dort. Und an dem Tag waren tatsächlich nur noch Einzelplätze, beziehungsweise gar keine Plätze übrig. Die Führung dort ist auch nur möglich. Mit einem Guide dauert etwa eine Stunde. Das Schloss an sich kann ohne Führung besucht werden. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Es ist tatsächlich ein sehr schönes Schloss mit über 400 Zimmern. Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich mich in einem Schloss verlaufen habe. Man kann mit einem Audio-Guide, den gibt es an der Tür mit dazu, der ist im Preis inkludiert, kann man durchgehen und kann sich alle Informationen auch auf Deutsch anhören und kann das Schloss auf eigene Faust besichtigen und kann auch mit dem Kombi-Ticket die Terrassen, die wir hier im Video sehen, besuchen und kann auch sehen von oben sehr gut auf die Anlage, auf die Untergrundanlage und auf die Bauten, die so ringsherum sind. Man hat einen kleinen Blick auch Richtung dem alten Schloss, wenn die Vegetation nicht so stark ist. Deswegen schaut vorher, wann ihr hingehen wollt. Kauft die Tickets online. Kauft das Kombi-Ticket. Da ist das Schloss mit drin. Da sind die Gärten mit drin und da ist die Untergrundanlage mit drin. Das Ganze ist über die Überwanderwege erreichbar oder die Hauptzufahrtsstraße. Parkt nicht auf dem ausgeschriebenen Parkplatz, sondern macht es wie ich. Fahrt einfach bis hoch an dem Reiterhof vorbei und sagt dem, da steht vorne so ein Wachmann, sagt dem, ihr wollt ins Schloss und der lässt euch bis hoch auf dem Parkplatz direkt vor dem Schloss. Wenn ihr dort seid, solltet ihr mindestens zwei bis drei Stunden einplanen. Die Führung, die Untergrundführung dauert eine Stunde. Im Schloss kann man anderthalb bis zwei Stunden auf jeden Fall verbringen, wenn man sich alle Ecken genau anschauen möchte. Die Umgebung auch nochmal, also einen halben Tag bis vielleicht sogar den ganzen Tag einplanen für das Schloss Fürstenstein. Das war mein Projekt-Riese-Guide zu allen Videos, die ihr gesehen habt. Und jetzt noch ganz kurz was zum Equipment, gerade für die Untergrundanlagen. Was ist sinnvoll? Ich greife mal kurz neben mich. Ich empfehle euch, festes Schuhwerk, möglichst halb hoch. Am besten auch wasserdicht, ja, Marke halte ich hier mal zu. Es gibt auch andere Marken. Eine Regenjacke. Sowas hier in der Richtung. In den Untergrundanlagen ist es grundsätzlich kalt, auch im Sommer. Draußen mögen 30 Grad sein, dort im Berg können auch mal nur so 12 sein oder 7. Und es ist grundsätzlich immer sehr feucht. Also schaut, dass ihr da eine gute Jacke mit habt. Für die Leute, die es kalt wird, eine Mütze. Oder auch jetzt im Winter dann vielleicht auch Handschuhe. Was haben wir noch auf der Liste stehen? Für die Oberfläche haben wir Sonnenschutz. Marke egal. Ganz wichtig, Insektenschutz und Zeckenschutz. Nehmt auch eine Zeckenkarte mit. Die Wege dort sind stark überwuchert. Dort gibt es überall Ungeziefer. Ich bin überall drin rumgeklettert. Ich hatte keine Zecken, Gott sei Dank. Aber man weiß ja nie, lieber dabei haben als nicht. Also hier, Marke zugehalten, Insektenschutz. Was braucht man noch? Untergrundanlage. Eine Taschenlampe. Ihr müsst nicht das teuerste Modell nehmen. Das war bei Amazon irgendwann mal im Angebot. Die soll angeblich 10.000 Lumen Leistung machen. Die ist sehr hell. Ist in drei Stufen einstellbar. Aber das reicht völlig aus. Und das Gute ist, die kann man auch zum Beispiel als Powerbank benutzen. Die hat einen USB-Anschluss hier oben. Und die soll 5000 mAh bieten. Das heißt, man kann damit auch mal sein Handy aufladen, wenn man das will. Alternativ. Kopflampe. Da muss man auch nicht das teuerste Modell nehmen. Das war hier aus dem China-Versand. Und natürlich, wenn man das Ganze noch dokumentieren will, eine Kamera. Entweder Video oder Spiegelreflex, was euch da so vorstellt. Alternativ auch Smartphone. Das geht natürlich auch bei Bedarf, das Ganze. So, und wenn ihr schon mal dort in der Gegend seid, dann nutzt die Zeit und fahrt auch mal nach Breslau. Breslau ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich blende euch gleich auch mal ein Video dazu ein. Dort gibt es sehr gute Restaurants. Es gibt sehr gute Hotels. Deswegen schaut einfach mal dort nach Breslau, wenn ihr dort seid, ist eine Stunde zu fahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Und das soll es auch schon gewesen sein. Von dem kurzen Projekt Riese Reiseguide für euer Riese-Adventure. Habt ihr Fragen dazu? Habt ihr Anregungen? Fragen schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich gucke, dass ich alles beantworte. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mysterium.